Ja, da ist ja einiges zu Tage getreten, wo man sich natürlich auch nach wie vor die Frage stellt, wie weit war das eigentlich Sicherheitsbehörden, die ja den Auftrag haben, auch sowas im Blick zu behalten, eigentlich vorher bekannt, wo sich Polizisten, Bundeswehrangehörige, auch durchaus Reservisten, aber auch beispielsweise einen Anwalt hier aus der Hansestadt Rostock zusammengefunden haben, um sich auf so ein Untergangsszenario, eine Aufhebung der staatlichen Ordnung vorzubereiten. Und da haben die dieses Preppen, also wir bereiten uns sozusagen vor im Sinne, wir horten irgendwie Lebensmittel und machen autarke Stromversorgung als einen Aspekt, aber darüber hinaus auch wirklich Bewaffnung und vor allen Dingen auch, und da wird es dann richtig prekär, weil da geht es auch dann wirklich in Richtung Tatvorbereitung, Auswahl von Personen aus dem, ich sag mal linken, kulturellen, politischen Spektrum, die man dann an so einem Tag, Zitat, wegbringen müsse. Also das sind ja diese sogenannten Todes- oder Feindeslisten, die da in Rede stehen und das hat diese Nordkreuzgruppe miteinander besprochen und vorangetrieben und ja auch aktenkundig gemacht, also wirklich Ordner angelegt, wo dann, man hat dann ein bisschen so den Eindruck, dass Internet ausgedruckt wurde oder so, aber auch mit handschriftlichen Anmerkungen. Der Polizist in der Gruppe hat dann im Melderegister nachgeschaut, die privaten Anschriften dann von KommunalpolitikerInnen rausgesucht und das wurde dann dahingeschrieben und mit die will den irgendwie Ausländern goldene Paläste bauen und so. Also die haben sich da richtig radikalisiert und solche Planungen angestellt. War das in diesem Jahr, dass quasi Nordkreuz mit den ganzen Plänen öffentlich bekannt wurde? Ich habe nämlich von 2017, dass es da die ersten Ermittlungen gab gegen den Marco G, es mir sozusagen aber zu keiner Anklage kam. Initialzündung war ja eine Razzia sozusagen durch die Bundesbehörden, wo dann diese Objekte unter anderem von dem Marco G dann durchsucht worden sind und dann hat ja der Generalbundesanwalt auch da dieses Verfahren übernommen und das war ja auch Anlass für uns als Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern natürlich auch zu hinterfragen, welche Erkenntnisse hatte denn die Landespolizei, der Verfassungsschutz, die Sicherheitsorgane hier im Land. Und da war in der Tat dann erstmal eine ganze Zeit lang auch mit Verweis auf die Ermittlungen des Bundesgeneralanwaltes und also ausführend dann durch das Bundeskriminalamt der Fokus sozusagen auf der Bundesebene. Und da hat es aber auch eine Riesendebatte gegeben dann hier im Land zum Beispiel, wieso werden diejenigen, die da auf diesen Listen stehen, nicht zum Beispiel informiert? Und auch hier, wann wusste dann zum Beispiel das Landeskriminalamt davon? Und all das ist dann jetzt erst rausgekommen kürzlich. Also in diesem Jahr hat das Bundeskriminalamt erstmals die Frauen und Männer, die da auf den Feindeslisten, auf den Todeslisten stehen, als Zeugen eingeladen. Und befragt kann man gar nicht sagen, sondern eigentlich darüber informiert, dass sie da raufstehen und dann natürlich gefragt, wie sie die Tatverdächtigen so kennengelernt haben, ob sie da Anhaltspunkte haben, ob ihr Wohnort überwacht worden ist und so weiter und so fort. Und das Bundeskriminalamt hat dann immer gesagt, naja, also wir haben dann relativ schnell, 2017 war das, glaube ich, schon Kenntnis erlangt darüber, dass da auch durchaus Personendaten gesammelt worden sind und haben das dann auch allen Landeskriminalämtern, die da irgendwo zuständig sind, mitgeteilt und gesagt, naja, man könnte die ja mal sensibilisieren und so. Also das ist schon, muss man sagen, auch in der Aufarbeitung ein, gerade für die Betroffenen, sehr quälend langwieriger Prozess. Genau. Die ersten Ermittlungen begannen 2017 und nun in diesem Jahr wurde eigentlich der Umfang genau dieser Nordkreuzgruppe und deren Vorbereitung auf den Tag X erst so richtig bekannt. Und nun hat das Schweriner Gericht da die Termine für den Prozess und zwar gegen den Polizisten Marco G. bekannt gegeben. Es soll da mehrere Verhandlungstage geben bis in den Januar hinein. Das sind so die aktuellen Entwicklungen. Marco G. als einer, der Waffen gehortet hat, Munition angeschafft hat und Bombenmaterial sammelte und lagerte. Das wird ihm so vorgeworfen und damit Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Unter anderem, wie würdest du sozusagen diese aktuelle Entwicklung einordnen in dem, was eine Gruppe Nordkreuz eigentlich ist? Du hast es schon angesprochen, mehrere Polizisten und auch Reservisten, Bundeswehrangehörige sollen in dieser Gruppe sich befunden haben, nebst auch einem Anwalt aus Rostock. Nun also sozusagen die Ankündigung, Marco G. da vor Gericht zu ziehen, der auch bereits in erstmal Untersuchungshaft sitzt, seitdem die Waffen da bei ihm gefunden wurden. Ja, ich glaube, dass dieser Prozess, der wird jetzt zeigen, wie schwer sich unser Rechtsstaat eigentlich damit tut, wenn Gruppen von Menschen aus politischer Motivation solche, ja im Grunde ja terroristischen Bedrohungsszenarien aufbauen. Und bei dem G hat man jetzt natürlich einfach Waffen gefunden. So, das an sich wird ein Grund sein, ihn dafür zu belangen. Aber es gibt ja deutlich mehr Leute, die konspirativ mit dem G halt diese Nordkreuzgruppe da unterhalten haben. Und da ist ja dieses Schrecken, was sich ja auch für uns und dieses Alarmierende darstellt, zu sagen, da sind Leute, die aus politisch motiviertem Hass und auch so einer Wette auf den Untergang der staatlichen Ordnung in der, sozusagen in Deutschland, wie wir es kennen, irgendwo nutzen, um wirklich Leute zu identifizieren, die sie umbringen wollen. Und dann passieren so vorher Sachen wie NSU, dann wird ein Regierungspräsident von der CDU umgebracht. Und solche Geschichten, und da merkt man ja auch, wie real das ist, das ist ja nicht irgendwo fiktiv. Und trotzdem ist natürlich die Schwierigkeit, Leute dafür zu belangen. Dann sagt er, ja, ich habe hier nur irgendwie mal einen Verein, was weiß ich, in dem Fall Bund statt Braun, mal ausgedruckt, um keine Ahnung zu wissen, so was die so machen. Und dann steht da irgendwie noch ein Name bei und dann hat da einer noch die Privatanschrift rausgesucht. Aber das ist alles in diesem Kontext. Und am Ende hat der Rechtsstaat, glaube ich, wirklich da total enge Grenzen, dann zu sagen, ja, was ist das eigentlich? Und ich habe da so die Annahme, dass das am Ende in den einzelnen Urteilen möglicherweise stark abweichen wird von dem, was man allgemein und in Anschauung dieses bedrohlichen Gesamtkomplexes als gerecht empfinden würde. Ich muss sagen, das ist wirklich eine Befürchtung, die ich habe. Und das wird jetzt natürlich dieser Prozess im Einzelnen zeigen. Ich denke mal, das Thema Waffenbesitz und so, das wird relativ einfach zu behandeln sein. Aber alles darüber hinausgehende, was diesen eigentlichen wirklich großen Schrecken auch dieses Komplex des Nordkreuz ausmacht, ich glaube, das wird schwer zu fassen sein für ein Gericht. Abgesehen von dem, was der Rechtsstaat jetzt vermittelt hat, juristisch gegen die Nordkreuzgruppe und deren Angehörigen vorzugehen, gibt es ja auch Diskussionen, die so in Richtung zum Beispiel Polizeiapparat und Bundeswehr geführt werden. Beispielsweise jene Reservisten, die in der Nordkreuzgruppe sich befunden haben, die wurden da zunächst vom Reservistenverband ausgeschlossen, die konnten sich da auch wieder reinklagen. Und an sich steht da natürlich auch die Frage im Raum, wie sicher eigentlich so eine, oder was sagt diese Nordkreuzgruppe über die Anfälligkeit der Strukturen Bundeswehr und Polizei aus? Und wie reagiert man bislang darauf? Ja, ich glaube schon, dass Polizei, Bundeswehr, überhaupt Sicherheitsorgane natürlich gerade für Rechtsextremisten, die ja oft einfach auch Militaristen sind und auch diesen Core-Guys, dieses Militärische natürlich mögen. Und das auch ja übrigens am Ende in letzter Konsequenz, wenn sie wirklich extrem sind, auch brauchen. Also sie wollen ja ihre politischen Ziele mit Gewalt umsetzen. Das heißt, diese Organe haben einfach einen großen Reiz. Und wir haben ja diese Diskussion auch bei uns im Landtag hier in Mecklenburg-Vorpommern wirklich ausgesprochen intensiv geführt, weil es am Anfang so den Reflex gab. Ah, jetzt soll das aufgeklärt werden, jetzt werden die Reservisten schlecht gemacht und die Polizisten schlecht gemacht. Und dann gab es wieder Solidarisierungseffekte. Und ich glaube, das ist eine Riesengefahr, dass durch einen falsch verstandenen Core-Geist in den Sicherheitsbehörden im Grunde solchen kriminellen, extremistischen Feinden, am Ende auch übrigens der Sicherheitsstruktur, wie sie in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung legitimiert ist, das Handwerk nicht gelegt werden kann. Und deshalb haben wir ganz intensiv auch darüber diskutiert, was ist eigentlich ein positiver, demokratischer Core-Geist in Sicherheitsbehörden wie der Bundeswehr, aber auch der Polizei, wo ja auch viele Menschen einfach ihren Dienst verrichten, um Freiheitsrechte zu schützen, um überhaupt Einhaltung von Recht und Ordnung, was ja auch Voraussetzung ist für einen stabilen, freiheitlichen Staat. Also, dass die eigentlich gestärkt werden müssen, dass man auch so eine Untersuchung und auch eine wirklich radikale Untersuchung davon, was können eigentlich radikale Kräfte innerhalb von Sicherheitsbehörden anstellen, um ihre extremistischen Ziele zu verfolgen. Wie kann man sich zunutze machen, dass es so viele, sagen wir mal, ordentliche Leute da gibt, die aber auch ermutigt werden müssen, hinzuschauen, in ihren eigenen Reihen. Und wenn sie da Sachen sehen, und ich glaube nicht, dass die ganzen Aktivitäten immer alle verborgen geblieben sind, die dann zu benennen. Und was wurde ganz konkret getan in diesen Sicherheitsapparaten hier in Mecklenburg-Vorpommern, nachdem die Chatgruppe Nordkreuz bekannt wurde? Ja, durch den Innenminister sind zwei Untersuchungskommissionen eingerichtet worden. Das ist zum einen also so eine Prepper-Untersuchungskommission. Und dann ist ja später auch noch im Zusammenhang mit einem Schießstand in Güstrow rausgekommen, dass auch noch in Größenordnung, sagen wir mal, Munition, die aus dem Sicherheitsapparat entstammen sollen, verschwunden sind und dergleichen mehr. Und da gibt es also auch eine Untersuchung zu. Und für beide Untersuchungskommissionen liegt noch kein Bericht vor. Den erwarten wir jetzt tatsächlich relativ zeitnah, jetzt im, ja, eigentlich Herbst, Winter. Und da ist jetzt ja die Spannung groß, inwieweit diese Berichte eigentlich zeigen, dass das Problem erkannt wurde und dass da die richtigen Konsequenzen rausgezogen werden. Heute hat ja die Taz dazu einen großen Auswertungsartikel gebracht, die schon einzelne, auch behördliche Dokumente beispielsweise aus dieser Prepper-Gruppe MV vorliegen haben. Und das müssen wir jetzt mal erstmal uns genau nochmal auch präsentieren lassen von dem Innenminister selber. Was man da in der Taz liest, lässt einen wirklich zweifeln, ob das mit der notwendigen Stringenz und Ernsthaftigkeit eigentlich angepackt worden ist. Aber ich hoffe inständig, dass der tatsächliche Bericht des Innenministers mich da eines Besseren belehrt. Du hattest vorhin auch schon angesprochen, die Todesliste, Feindesliste, die da von dem Beteiligten der Nordkreuzgruppe erstellt wurde. 25.000 Namen unter anderem sollen sich darauf befinden. Und du hast auch schon angesprochen, dass eigentlich der Umgang mit den Betroffenen, die auf diesen Listen standen, sehr zweifelhaft kritikwürdig ist, wenn man nämlich mit so einer Vorladung bei Ermittlungen überhaupt davon erfährt. Und das landete dann ja auch in einer bundesweiten Berichterstattung. Und dann ging auch so jedes Bundesland, jede Landespolitik ein bisschen anders auch, glaube ich, damit um, ob man jetzt die Menschen informiert darüber. Zumindest weiß man, wie viele Menschen standen denn aus einem bestimmten Bundesland auf diesen Listen. Und dann gibt es viel Unsicherheit natürlich. Opferberatungsstellen haben beispielsweise auch gefordert, dass es da eine bessere Betreuung geben muss. Wie hast du das hier für Mecklenburg-Vorpommern? Und genau in diesem Fall, dieser 25.000er-Liste erlebt, wie genau in dem Fall mit Betroffenen umgegangen wird. Weil das ist ja etwas, was in den letzten Jahrzehnten, wenn man sich anschaut, wie mit Neonazi-Gewalt darüber berichtet wird und dann umgegangen wird, werden auch die Betroffenen vergessen. Zeigt so der NSU. Und ja, wie ist das in diesem Fall zu bewerten? Ja, ich halte das, das ist nicht gut gemacht worden. Es ist falsch gewesen, die Betroffenen nicht gleich nachbekannt werden, dieser Listen zu informieren. So, das muss man jetzt im Nachhinein völlig eindeutig sagen. Ab 2017 hat sich ja jetzt ergeben, war bekannt, dass es solche Datensammlungen gibt. Das ist ja auch damals immer so ein bisschen gerüchteweise so schon mal irgendwo aufgeploppt. Und Bundesebene und die Landeskriminalämter hätten in meinen Augen von Anfang an ganz aktiv diese Leute sensibilisieren müssen. Weil da geht es auch wirklich um Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Sicherheitsorgane. Das heißt, dass die staatlichen Institutionen, die dafür da sind, die grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechte zu schützen, die müssen dann doch gerade, wenn es eine politisch motivierte Bedrohung gibt, ja Partner sein für die Opfer oder die potenziellen Opfer oder die Bedrohten. Und dementsprechend muss ich ganz klar sagen, das ist falsch und das darf auch so nicht gemacht werden. Also sollte so etwas wieder passieren, muss man erwarten können, dass man dann durch den Staat, der davon Kenntnis hat, beraten wird, darauf aufmerksam gemacht wird und auch unterstützt wird. Kleines Beispiel, einfache Möglichkeit, wenn sowas vorliegt, seine Meldeadresse zu sperren, damit eben nicht jeder x-beliebige Polizist, der sich da wirklich kriminell verhält, also kriminelle Akte wird es immer geben, aber der sich kriminell lässt, dass es ihm einfach nicht so leicht ist, dann da Auskunft zu erlangen oder unbemerkt zumindest Auskunft zu erlangen. Und das ist im Grunde ganz wesentlich, finde ich, dass da man sich nicht nur auf die potenziellen Täter fokussiert, sondern denjenigen, die durch ihr Engagement, ja durch ihr aktives Zutun zu unserer freien Gesellschaft im Grunde ein Schaden entsteht, weil sie ins Visier von Neonazis und sonst wem kommen, die müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat an ihrer Seite steht. Und dazu gehört frühzeitige Information, Unterstützung und im Grunde ein ganz klares Bekenntnis, dass man die Rechte der Bedrohten da ganz ernst nimmt. Das hat ganz viel einfach mit Verhalten zu tun, mit der Haltung in solchen Situationen. Und ich wünsche mir inständig, dass da aus den Versäumnissen in dem Fall jetzt auch wirklich mal ganz konsequent, konkret Verbesserungen für die Zukunft daraus abgeleitet werden.